Warte mal gucken. Ich wollte auf jeden Fall Nautilon bauen. Ich wollte dieses Bergbau-Ding bauen. Autonome Bergbau. Und da ist das Teil. Ja, haha, habe ich doch hier vergessen. Und eingesackt. So. Das war wieder verlieren und vergessen. So, warte mal. Das sieht jetzt aus. Oh. Achso, entlädt sich gerade. Okay. Zeit bis zur Entleerung? Hä? Nee, doch nicht. Verstehe ich gerade nicht. Energiespeicher? Nee, der wird langsam leer. Ja. Zeit bis zur Entleerung? Warum steigt denn die aber denn? Ist ja sehr komisch. Na gut. Stimmt, haben wir für den eigentlich schon mal ein Bild gemacht jetzt von irgendwas? Nee, ne? Der will immer nur von Häusern Bilder haben. Rezeptieren wir nochmal. Okay, noch eine neue Aufgabe. Ja. Der will jedes Mal neue Fotos haben. Ist sowas schlimmer, weil wir müssen hier auch nochmal defragmentieren vielleicht. Will der haben... Steht das jetzt hier? Wollt ihr jetzt kein Foto von dem hier machen? Doch! Boah, es ist dämlich. Können wir nicht mal Discern da machen, dass er einfach mal kurz hier zur Tür geht und dann rauskommt. So, du warst weit weg, reißen. Ich kann es fühlen. Ja, ich war einmal kurz vor der Tür, ne? Was für eine Freude, dieses Glas aber. Hier, nimm dieses... Diese Krumen. Was? Brauereifalle. Ungefähr 891 Jahre alt. Die Zeit kann die Freiheit dieses behutsam angefertigten Werkzeugs nicht verschleien. Es ist vielleicht eines der besten Exemplare seiner Art, die je gefunden wurden. Was machen wir jetzt damit, hä? Es ist einfach... Okay, es ist einfach nur übertrieben viel Geld wert. Um einmal kurz vor die Tür zu gehen und ein Foto zu machen. Okay. Das hat sich ja gelohnt. Aber was weiß... Oh. Ha! Haben wir ja genau richtig gemacht, denn... Ich wollte ein Fenster nochmal einbauen, ne? Das wollte ich ja mal machen. Fenster hier. Glas brauchen wir. Glas noch kann man... Wie macht man Glas aus Frostkristallen, ne? Könnt ihr auch Silikatpulver nehmen? Glas brauche ich 40 Frostkristalle. Ich nehme das Silikatpulver. Frostkristalle... Habe ich zwar auch, aber... Mal gucken, wie effektiv das jetzt hier ist. 40. Ah ja, auch 40. Na gut. Ach hier. Ach, verringert man es. Okay. Und Start. Das ist ja wunderbar. Das Zeug sammle ich ja sowieso mal an. Jetzt hatten wir mit 209 auch schon fast die Grenze erreicht. So. Dann baue ich das hier ein und dann können wir endlich... ...nach draußen gucken. Ach, guck mal hier. Und dann kann man so gucken. Ja, ist dunkel. Gut. Warte, ich wollte eigentlich mal gucken, was es jetzt kostet, dieses... ...Ding. Spezialisiert. Nee, Industrie und Strom. Industrie wahrscheinlich. Sieht ja verrückt aus. So, warte mal. Chromatisches Metall ist im Flugzeug. Metallplatten brauche ich fünf. Das ist auch nicht das Problem. Nee, wahrscheinlich jetzt nicht nur in die... ...Nähe. Warte mal. Das Flugzeug ist da. Müsste wahrscheinlich irgendwann mal ein zweites bauen, damit ich da mein zweites Schiff raufmachen kann. Warte mal. Das Löl. Aber ich kann es doch rufen, ne? Ja. Okay, keine Ahnung, wo das gerade ist. Strahlungsschiff. Der Entwärme. So. Achso, aber kann ich mir das jetzt in die eigene Tasche stecken? Jawohl. Die Wasserstoff ist auch hier drin. Okay, jetzt kann man aber da bleiben. So, warte mal. Objekt übertragen von... ...dem Flugzeug. Okay. Dann brauchen wir insgesamt fünf Platten. Zack. Warte mal, das war ja aber auch hier auf dem Weg, ne? Das ist ja einfach hier hinter gewesen. So, steck mal aus hier. Und dann einfach mal gucken. Stimmt, jetzt konnte ich ja hier hingehen und dann würde er mir sagen... Ja, er sagt mir einfach nur, da ist ein dämlicher Wächter. Genau hier. Oh, geh doch weg! Hotspot discovered. Oh, gefährliche Fauna. Ja, ja. So. Ne, warte mal. Wie ist denn das jetzt, wenn ich hier das mache? Ah, das kann ich hier hinwahren. Einfach so? Weil das hier in der Nähe ist, ist es deswegen so. Hotspot hier. Achso, aber... ...einfach generell. Warte mal, ich baue das mal lieber hier so ein bisschen hoch, dann kann ich auch die Leitung besser nach unten verlegen. So, platzieren. Geht. Keine Power. Bringt... Oh, Natrium. Das Traktor ist nicht in Betrieb, ja. Natrium ist natürlich gut. Der braucht jetzt Strom. So, warte mal. Habe ich genug Zeug dabei für ein... Stimmt, das wollte ich je mal gucken. So, was soll denn... Was ist jetzt passiert gerade? Das kostet gar nichts. So, weil ich das Zeug nicht bei habe, ne? Ah, hier ist der Hub dafür, ne? Ah, stimmt. Warte mal, kann ich das denn... ...umdrehen? Warte mal, wie dreh ich denn das? Hier. Wo war jetzt der Anschluss? Hier? Ey! Das war die Pflanze von hinten. Jetzt wird es langsam gefährlich hier. Ja, und das, wo ich so viel Natrium habe, ne? Doch da. Mann, das will ich ja jetzt aber noch haben. Da. Doch, das Ding hier, ja. So. Jetzt nochmal gucken, ob ich ein... ...Solarfeld hinkriege. Gold brauchen wir und Metallplatten. Aber ich setze mich mal ins Auto und gucke mal, ob ich... ...hier an das Flugzeug rankomme. Gold habe ich ja deswegen erst dann mitgenommen. Natürlich nicht. Gleich nochmal gucken, wenn ich da bin, was ich da eigentlich für Zeug noch brauche. Mann, obwohl das gar nicht so weit ist. So, von hier geht's. 100 reichen bestimmt. Klar reichen 100. Und dann brauche ich noch zwei, äh, Metallplatten. glaube ich. Ja, chromatisches Metall habe ich das bei. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Sehr cool. Dann verbraucht es hoffentlich nicht mehr als 50, was dann Welt macht. Also mal wahrscheinlich auch den hier oben hinstellen. Da hast du dann noch die Wasserstoffkristall, den müssen wir auch mitnehmen. Wollen wir mal, das packen wir mal hier hin, dann kriegt's, glaube ich, die volle Ladung ab. Hier. Zack. Zack. So. Wie ist es? Erzeugt 26 noch. Ich weiß nicht, was der Verbrauch ist. Stromstatus ist überladen. Na, das ist ja geil. Steht das hier, wie viel es braucht? Nee. Oh, bitte fixen. Er ist in Null. Keine Ahnung, vielleicht... Warten wir mal kurz, bis der... Den mal jetzt alle... Bis der bei, äh... 50 ist so, dass der voll auflehrt. Sack auch mitgenommen. Jawoll. Ich glaube, mir fehlt immer noch ein Tier hier auf meinem Planeten. Okay. Naja, hier kann der Null zu Fuß entlaufen. So, volle Radelle und... Okay, der hat sich gerade bewegt. Ah, sie... Das ist halt ja für ein Gerücht. Erzeugt 51. Jo, das reicht 1. 50, 50. Zeugt... Was? 750 pro Stunde? Im Zyklus verbleibende Zeit? Achso, pro Stunde. Oh! Ja, krass. Klasse A. Achso, da gibt's doch verschiedene. Moment mal, aber gibt's denn hier auch... Dichte? Das wird wahrscheinlich immer weniger denn, ne? Nimmt das ab und irgendwann... Vielleicht ist es irgendwann sogar weg. Warte mal, jetzt gucke ich mir das gleich nochmal... Oh ja. Ich will das Visier an. Ob wir zufällig... ...das jetzt nicht mehr angezeigt kriegen. Weil wir es bereits abbauen. Hotspot discovered. Naja. Okay. Also nein. So, dann ist jetzt noch... ...eine Sache zu tun. Und zwar... ...muss ich erstmal gucken, was das überhaupt kostet. Eine Bergbaueinheit. Okay, Uran haben wir. Metallplatten brauchen wir. Das ist das einzige... Haben wir da selber genug in der eigenen Tasche? Das weiß ich gar nicht. Aber es nimmt ja, glaube ich, auch automatisch aus dem Flugzeug, wenn wir... ...das machen. Ja, siehst du. Kein Problem. So, jetzt haben wir... ...hören mal alles. Wunderbar. Oh, ja. Das Einzige, was wir nicht haben, ist... ...die Versorgung. Wo war denn das? Das war doch gar nicht so weit weg hier. Da. Das ist es schon, ne? Jo. Das ist so... ...krass, ne? Das mal oben drauf. Vielleicht sieht man es denn besser. Zack, gebaut. Easy. So, das nehmen wir einfach mal noch mit hier. Nee. Ja, ich glaube, danach... Oder? Achso, ich wollte ja erstmal die Nautilon-Station noch bauen. Und dann würde ich auch mal... ...in ein neues System gehen, wo die vielleicht einen Salzrefraktor verkaufen. Dass ich immer besser dastehe. Ich hoffe ja auch, dass das ordentlich ist, was man dann mehr kriegt. Nicht nur ein bisschen. Also jetzt muss ich mal gucken, was ich da überhaupt reinstecken muss. Kohlenstoff oder verdichteter. Also Kohlen-Normaler geht auch. Aber ich würde fast sagen, ich stecke den so da rein. Weiß gar nicht, ob... Äh, aber ich glaube, ich behalte den Sauerstoff lieber. Den muss ich ja vielleicht doch manchmal nachladen. Und dann... Ach, stimmt. Dann kann ich ja dieses... Die Wasserstoff-Gelais mal wegmachen. Eine Wolke, ne? Ich dachte, wird schon jetzt schon wieder Nacht. War ja Quatsch gewesen. Aber wir wurden... Nee, relativ... Hier zählt es immer noch als Natrium-Modspot. Ey, das ist unfassbar, ne? Wie... Ich hoffe mal, das andere reicht denn. Also auch vom Kabel. Da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, einmal Kabel kaufen reicht. Um dann bis zur Station zu kommen. Und wie viel der jetzt gleich verbraucht. Hoffentlich reicht es, um den vollzustecken. Wahrscheinlich eher nicht. Oh, doch. Wie viel habe ich jetzt noch übrig? Sieben. Das ist ja auch eine komische Zahl. Naja, so, warte mal. Ich hoffe, mal. Bis zum nächsten Mal. Hi. Bis zum nächsten Mal.